Tag 976. Heute gibt es viele Neuigkeiten aus der Region Kursk. Hier nutzten die Russen ihre taktischen Gewinne aus früheren Angriffen, um ihre Operationen auszuweiten und Malaya Lognia anzugreifen. Allerdings rückten die russischen Truppen viel zu eng vor, was ihre Schwachstellen aufdeckte und den Ukrainer die Chance zu einem entscheidenden Vorstoß gab. Nachdem sie die Kontrolle über Selenischliak und Lyubimovka gefestigt hatten, nutzten die Russen ihre funktionierende Logistik, indem sie befestigte Straßen verwendeten, um ihre Kräfte an der strategischen Kreuzung bei Selenischliak zu sammeln. So konnten sie ihren Vormarsch in Richtung Malaya Lognia durch einen direkten Angriff fortsetzen. Der Plan sah einen schnellen Vorstoß entlang der sieben Kilometer langen Straße vor, wobei gepanzerte Mannschaftstransporter vom Typ BTR 82 eingesetzt wurden, um die Strecke in weniger als fünf Minuten zurückzulegen. Sobald sie in Position waren, sollten die russischen Sturmtruppen absteigen und in den Nahkampf gehen, um die Kontrolle über die Außenbezirke des Dorfs zu erlangen. Im Erfolgsfall würde dieses Manöver die ukrainischen Streitkräfte im Pokrebki, nördlich von Malaya Lognia, einkesseln, sie von der Außenwelt abschneiden und einschließen. Aus den Kampfaufnahmen geht hervor, dass die Russen ihren Angriff mit drei BTR 82 Fahrzeugen begannen, die einen Zug Sturmtruppen auf der Straße nach Malaya Lognia transportierten. Der erste BTR wurde jedoch schnell durch einen FPV-Drohnenangriff neutralisiert, gefolgt von der Zerstörung des zweiten Fahrzeugs, wodurch zwei Drittel der Angriffseinheit innerhalb von Sekunden ausgelöscht wurden. Gleichzeitig positionierten die Ukrainer einen T-64-BV-Panzer auf der Straße, der den letzten BTR-Angriff und ausschaltete, sodass auch die verbliebenen russischen Sturmtruppen zerschlagen waren und der Angriff gestoppt wurde. Die originalen und zensierten Kampfaufnahmen aller Operationen findet ihr auf unserem Telegram-Kanal über den Link in der Beschreibung. Letztendlich wurde der russische Angriff nur 1,5 Kilometer vom Stadtrand von Malaya Lognia entfand gestoppt und die wenigen Überlebenden zogen sich zu ihrem Ausgangspunkt zurück. Da die Ukrainer nun den russischen Plan kannten, beschlossen sie, entscheidende Gegenangriffe auf den Sammelplatz in Selenischliak zu starten. Durch die Konzentration ihrer Anstrengungen auf dieses Gebiet wollten die Ukrainer die Russen daran hindern, zusätzliche Kräfte für weitere Angriffe zu sammeln. Damit sollten die früheren russischen Erfolge und ihre Offensivdynamik wieder zunichte gemacht werden. Ukrainische Soldaten der 36. Marinebrigade setzten sechs gepanzerte Fahrzeuge für einen Gegenangriff auf die russischen Kräfte südlich von Selenischliak ein. Bei dem Angriff zerstörten sie erfolgreich mehrere russische Fahrzeuge und zwangen die feindliche Infanterie, sich unter schwerem Beschuss durch Streumunition und FPV-Drohnenangriffe zu Fuß zurückzuziehen. In Unkenntnis der ukrainischen Präsenz hatten die Russen eine Angriffskolonne südlich von Selenischliak aufgestellt, die jedoch in einen Hinterhalt geriet und von der ukrainischen Angriffsgruppe vernichtet wurde. Die überlebenden russischen Truppen waren gezwungen, sich in Sicherheit zu bringen und in Deckung zu gehen, während ukrainische Panzer ihre Hauptstellungen entlang der Baumreihen in der Nähe der Stadt unterdrückten. Dies ermöglichte es der ukrainischen Infanterie abzusitzen und das Gebiet zu sichern. Schließlich drängten die ukrainischen Marieninfanteristen die Russen um mehr als zwei Kilometer zurück, positionierten sich kurz vor Selenischliak und hinderten die Russen so daran, Kräfte für weitere Angriffe zu sammeln. Um die Verwundbarkeit der Russen in diesem Gebiet auszunutzen und ihre Operationsbasis zu schwächen, setzte das ukrainische Kommando die 47. mechanisierte Elitebrigade ein, um die russischen Truppen aus Novoiwanivka zu vertreiben. Kampfaufnahmen zeigen, wie Bradleys russische Infanteriestellungen in den Baumreihen wirksam unterdrücken, während Abrams Panzer befestigte Stellungen in Häusern, die von den russischen Truppen zum Feuern genutzt werden, angreifen und zerstören. Das Ausbleiben von Gegenfeuer seitens der Russen deutet darauf hin, dass sie überwältigt und aufgrund hoher Verluste kampfunfähig gemacht wurden. Dies ermöglicht es der ukrainischen Infanterie, das Gebiet zu besetzen. Infolgedessen rückten die Ukrainer einen weiteren Kilometer vor, eroberten Novoiwanivka vollständig zurück und verstärkten den Druck auf die in Selenischliak konzentrierten russischen Kräfte. Insgesamt lässt sich festhalten, dass das Scheitern des russischen Angriffs bei Malaya Lognia die Operationspläne der Russen verriet, was zu mehreren ukrainischen Gegenangriffen und der Zerschlagung des russischen Brückenkopfes bei Selenischliak führte, wodurch weitere russische Angriffe verhindert wurden. Der russische Misserfolg in diesem Gebiet zerstörte die Hoffnung auf einen schnellen Sieg in Kursk und der tschetschenische Kommandeur der Ahmad-Truppen in diesem Gebiet, Abti Aloudinov, bezeichnete es als den schwierigsten Abschnitt der Front. Dies führte dazu, dass der Kreml seine Operationspläne in Kursk verschob und den Zeitrahmen für die Vertreibung der ukrainischen Streitkräfte aus Kursk vom 15. Oktober auf den 1. Februar verlängerte. In unserer aktuellen strategischen Analyse behandeln wir die russische Gegenoffensive in der Region Kursk, die aktuell in vollem Gange ist. Diese exklusiven Videos sind ein besonderes Dankeschön an alle, die unsere Arbeit durch eine Kanalmitgliedschaft auf YouTube oder auf Patreon unterstützen. Ganz besonders bedanken wollen wir uns wieder bei Tim Wanner für seine großzügige Hilfe. Wenn ihr auch Teil dieser Gemeinschaft werden wollt, findet ihr die Links dazu in der Beschreibung. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis morgen.